Einen wunderschönen guten Morgen. Apple baut seine Fotobibliothek für zwei Arten der Benutzung. Mit und ohne iCloud-Fotos. Für andere Dienste oder Computer mit anderen Betriebssystemen, dann bemüht man separate App-Store-Apps. Die Fotobibliothek, die ist dann lediglich eine Datenbank. Je nach Hersteller schwankt jedoch die Softwarequalität dieser Dritt-Apps. Und auch deshalb pflegt und hegt TouchByte aus Hamburg seine App Fotosync. Bereits seit über zehn Jahren.